In dieser Ask the Punk Show geht es um die Themen Hyperinflation in Venezuela, es geht um die innere Schweinehund bei der eigenen Weiterbildung und es geht um den Verkauf oder das Behalten eines Einfamilienhauses. Hallo Leute, willkommen bei einer weiteren Folge der Ask the Punk Show, wo ihr die Möglichkeit habt, mir Fragen zu wirtschaftlichen und politischen Themen zu stellen und ich diese Fragen dann in einem kurzen Video beantworte. Gehen wir gleich zur ersten Frage. Blubit fragt, wie kommt die akute Hyperinflation in Venezuela genau zustande? Also Blubit, die Sache ist ganz einfach, die akute Hyperinflation kommt zustande, weil der Staat schlicht und einfach Geld druckt. Das heißt, er vermehrt die Geldmenge und zwar in einem ungeheuren Ausmaß und dadurch werden einfach Löhne und Preise und alles teurer. Und zwar exponentiell, weil nicht auch der Staat, um ihm seine Rechnungen bezahlen zu können, einfach das aus der Notenpresse macht. Und das ist kein Einzelfall, ich meine auch die deutsche Hyperinflation hat genau dieselben Ursachen gehabt und auch viele andere Inflationen. Es gab es schon zu Kaiserzeiten, wo de facto früher wurde mit Goldtalern oder Goldmünzen bezahlt und wenn es einfach zu wenig Goldmünzen gegeben hat, um einen Krieg zu bezahlen oder um andere Probleme zu lösen, dann hat man einfach die Goldmünzen mit Blei oder Eisen gemischt, dann gab es plötzlich doppelt so viele oder dreimal so viele Goldmünzen und dann waren irgendwann die Preise und die Löhne und alles entsprechend doppelt oder dreifach so hoch. Was interessant ist, dass zwar in Venezuela, wenn man die Notenpresse anwirft, Hyperinflation zustande kommt, in den westlichen Ländern allerdings nicht. Das hat zwei Gründe. Nummer eins ist dort die Geldmengenvermehrung, zwar in absoluten Zahlen enorm, aber relativ zur gesamten Geldmenge nicht so extrem. Und der zweite Punkt ist, dass sich in der westlichen Welt die Geldmengenvermehrung, die auch durch alle Zentralbanken gemacht wird, also durch die FED, durch die EZB, durch die britische Zentralbank, die chinesische Zentralbank, die Hongkonger Zentralbank, die Schweizer Nationalbank und so weiter, dass dort eben primär das zusätzliche Geld sich nicht auf Löhne und Preise auswirkt für Massenkonsumgüter, sondern eben nur für Luxusgüter, für spezielle Dienstleistungen wie beispielsweise Gesundheit oder Ausbildung. Bei den Vermögensanlagen sieht man ja in der westlichen Welt eine sehr starke Inflation, die sicherlich Richtung 10% per annum geht. Wenn man sich beispielsweise die Immobilienpreise anschaut, die Anleihenpreise, die Aktienpreise, die Preise für Private Equity Bewertungen, für Unternehmensbeteiligungen, für Startup-Bewertungen, für Kryptowährungen, für Kunstgegenstände, für Oldtimer und für viele andere Wertgegenstände, die werden natürlich immer teurer und teurer, dass sich die Geldmenge auch in Westeuropa vermehrt. Aber in Venezuela ist eben alles aus den Fugen geraten und dort ist eben so, dass der Staat de facto die Geldmenge fast unendlich vermehrt und es ist im Prinzip dasselbe, was in Deutschland passiert ist nach dem Ersten Weltkrieg. Liam fragt Ich bin bei einigen Dingen sogar aus der Seele, weil selbst jemand in meiner Position hat durchaus manchmal diese Herausforderung. Also ich bin auch jemand, der gerne schläft und der auch relativ viel Schlaf braucht. Ich brauche etwas weniger als du. Also ich brauche in der Regel unter der Woche so sieben, acht Stunden, in der Woche oft neun, neuneinhalb Stunden. Aber trotz allem, ich kann dich durchaus verstehen. Aber mir ist natürlich klar, du brauchst eine gewisse Disziplin und einen geordneten Tagesablauf, vor allem unter der Woche, dass du sagst, ich stehe um halb neun, um der neun auf, stehe auf und dann beginnst du mal mit dem, was zu tun ist. Also simpel die Aussage, die hat sogar mal ein 13-Jähriger getroffen, ein amerikanischer YouTube-Star, der war erst 13, der hat seinen anderen Mitschülern einfach geraten, the first thing you have to do is simply get up. Und dass es vielleicht wirklich so banal der Spruch klingt, einfach mal aufstehen. Und das heißt nicht, dass du jetzt einmal nicht ganz wenig schläfst, viele Leute schaffen das physisch nicht, ich gehöre zu den Leuten, die es absolut physisch nicht schaffen würden, mit vier oder fünf Stunden Schlaf auszukommen. Es gibt Menschen, die es schaffen, ich gehöre nicht dazu. Aber, wenn du sagst, okay, ich schlafe jetzt acht Stunden, dann stehe es dir mal nach den acht Stunden auf. Das zweite Thema ist auch Weiterbildung. Weiterbildung hat viele Aspekte von Seminaren, Bücher lesen, YouTube-Videos oder Online-Videokurse, schon interessante Menschen treffen und vieles mehr. Und da hängt es eigentlich auch davon ab, wie dein Mindset ist. Und dieses Mindset kann man aber auch trainieren. Das eine ist natürlich, dass du dir einfach sagst, okay, im Jahr lese ich so und so viele Bücher, im Jahr schaue ich so und so viele Videokurse, im Jahr gehe ich auf so und so viele Seminare, dass du einfach gewisse Zeit einplanst für die Weiterbildung. Das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit, dass du dir natürlich auch überlegst, was interessiert mich wirklich, wo brenne ich dafür, und wo mache ich es sogar vielleicht freiwillig, weil die meisten Menschen, nicht alle Menschen, aber doch die meisten haben irgendetwas, was interessiert. Und die Idealsituation ist natürlich, dass das, was dich interessiert, auch wirtschaftlich verwerfbar ist und dass du hier natürlich auch den besten Erfolg haben wirst. Ich weiß, viele Leute haben immer wieder Probleme, dass die Faulitis, der innere Schweinehund, am Ende kommt. Und da gibt es eben noch zwei weitere Möglichkeiten, oder auch drei. Das eine sind, wie gesagt, klare Ziele, dass du weißt, wo du hin willst. Dann gibt es einfach gewisse logische Abfolgen, die du machen musst. Das zweite ist, dass du dich mit interessanten Leuten umgibst und mit Leuten, die erfolgreich sind, die intellektuell sind und die vielleicht noch erfolgreicher werden wollen. Bei diesen Leuten lernst du schon von denen etwas. Und das zweite ist, sie sporen dich auch an, dich persönlich weiterzuentwickeln, dich weiterzubilden. Und der dritte Punkt, der vielleicht auch nicht unwesentlich ist, dass du einen Mentor oder einen Coach hast, der dir regelmäßig in den Arsch tritt und sagt, okay, aufstehen, machen, tun und nicht faul sein. Und gerade erfolgreiche Leute, ich gehöre dazu, haben auch einen Coach. Ohne dem geht es nicht. Genauso wie Spitzensportler, Musiker und ähnliches auch Coaches haben, die ihnen regelmäßig in den Arsch tritt. Und wenn du diese Kombination von Dingen machst, glaube ich schon, dass du deine Situation deutlich verbessern kannst. Jan fragt, Hallo Gerald, meine Eltern haben ein großes Einfamilienhaus am Wolfersberg in Wien mit schöner Lage geerbt, 300 Quadratmeter. Wir haben es renoviert und vermieten es jetzt. Das Problem ist, dass es aus den 50ern stammt und Teile der Gebäudetechnik und die Fenster noch original sind. Früher oder später muss ich das Ganze übernehmen. Meine Frage, ab wann fändest du es sinnvoll, so ein Haus zu verkaufen? Aber bei einer gewissen Summe rentiert sich doch das Renovieren nicht mehr. Zum Beispiel, wenn das gesamte Haus general saniert werden muss. Liebe Grüße, Jan. Also Jan, deine Frage ist sehr gut und sehr berechtigt. Weil es ist tatsächlich so, dass die Mietrendite bei Einfamilienhäusern oder bei Villen sehr, sehr gering ist. Also beispielsweise einer meiner Freunde, der mietet in Hitzing eine Villa, ist auch ein sehr guter Stadtteil von Wien und der zahlt irgendwie 2.200 Nettomiete oder so. Und die Villa wird aber Kosten über 2 Millionen zum Kaufen plus ordentliche Haltungskosten. Das heißt, das wäre eine Mietrendite vor Reparaturkosten von einem Prozent. Und es ist nicht ganz klar, dass du bei kleineren Wohnungen eine viel bessere Mietrendite hast und auch weniger Standhaltungskosten als bei einem ganzen Haus. Deswegen sage ich auch immer, ein Eigenheim zu haben, macht eigentlich kaum Sinn. Weil schlicht und einfach beim Eigenheim hast du eine schlechte Mietrendite, eine schlechte Vermietbarkeit und überaus hohe Reparaturen. Weil das Dach beim Eigenheim, also beim Einfamilienhaus, kostet nicht so viel weniger als das Dach von einem 20-Familienhaus. Und dort hast du aber natürlich bei 20 Wohnungen einfach mehr Miete. Das ist logisch, weil 20 kleine Wohnungen produzieren mehr Miete als selbst ein Luxusmieter, der viel Geld hat. Und es gibt mehr Leute, die wenig Geld haben, als Leute, die viel Geld haben. Die, die viel Geld haben, sind auch noch anspruchsvoll. Das heißt, zwangsläufig wird auch die Vermietbarkeit von kleinen Wohneinheiten besser sein als die von einer Villa. Da derzeit die Immobilienpreise auch für Willen boomen, würde ich dir sicherlich vorschlagen, mal zu versuchen, das Haus zu verkaufen. Wenn du es privat hältst und im drinnen gewohnt hast, kannst du das, glaube ich, sogar steuerfrei. Das müsstest du aber mit deinem Steuerberater besprechen, weil in Österreich hat sich in den letzten Jahren hier einiges zum Negativen geändert. Welche Steuern du am Ende hier bezahlen musst, weil das spielt natürlich schon eine erhebliche Rolle. Und auch was der Einstandswert ist, auf Basis dessen die Steuerbemessung beruht. Und wenn hier ein vernünftiges Ergebnis herauskommt, dass du hier geringe Steuern zahlst, macht es vermutlich Sinn, dass du das Haus verkaufst, bevor du die Renovierungen machst, schaust, dass du einen Liebhaber findest oder jemanden, der das unbedingt haben will aufgrund der Lage und der es dir abkauft und dass du nachher das Geld wieder in Immobilien investierst, aber eben in kleine Ein- und maximal Zwei-Zimmerwohnungen in zentraler Lage, wo du dann vielleicht das Drei- oder Vierfacheren Rendite hast als beim Einfamilienhaus und trotzdem geringere Instandhaltungs- und Renovierungskosten. Wenn dir diese erste Punk-Show gefallen hat, hinterlasse bitte einen Like oder einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du mehr zu diesen Themen wissen willst, findest du das auf meiner Plattform www.investinpunk.academy. In der Zwischenzeit wünsche ich dir alles Gute und sehr viel Erfolg. Dein Fischer Dein Fischer Dein Fischer Dein Fischer Vielen Dank.